ja also der wahnsinn stirbt nicht aus das ist hier hand 3d gedruckt mit einem tab mal gucken ob das im totalen fiasko endet oder vielleicht funktioniert alles für alles für die gute aufnahme ich habe gesehen für 56 euro gibt es die gopro 3 auf ebay das habe ich beschlossen ich hätte ja schon wieder ein dank leer fliegen kann man das ihr elektro flieger nicht mal so dass ihr dreifache zeit braucht bis ich ein benzin flieger dann wärst du noch mal runde geflogen ich brauche hier gedächtnisrunde und pause und was weiß ich was du alles brauchst du hast du fertig war jetzt schon lange das dauert ja heute wieder mann 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 ja fliegt doch man macht er sich verrückt ja mach aus und starte ich Olli ja mach ich Olli fliegt ein gopro leer ist ein scheiß so Olli ist auch statt klar ich bin statt klar die gopro wird hier gefährdet ja vielleicht hält heute der akku ein wenig länger und so jetzt noch eins und los geht also mach ich bereit wenn das ein wenig länger und jetzt noch eins und los geht jetzt noch eins und los geht jetzt noch eins und los geht jetzt noch eins und los gehen Holt halt die Klappe! So, ich bin schön hinter dir. Ich bin ein wenig langsamer, oder? Ja, kannst du. Konstant ist wichtig. Ein Ticken langsamer kannst du machen, dann muss ich nicht so viel Vollgas geben. Wow! Hier haben wir alle gemütliche Rechtsrufe. Scheiße. Dummeln sich auf am Himmel. 3... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 1... 2... 1... 2... 1... 1... Lippilein, Ruhe! Das sind so zwei Meter, oder was sind die? Hey Dieter, ich hab zwei die GoPro drauf. Es wäre schön, wenn wir uns nicht gegenseitig abschießen. Lass mich mal den Uli bitte aufnehmen. Ohne GoPro können wir Luftkampfen an. Ja, ich lieg hinter dir. Wow, echt im Luftstrom zwirbelt es mich manchmal. Wir gehen langsamer. Ja, bis vorher. Wenn du vom Gas weg gehst, jetzt hab ich die verloren. Ich bin rechts, bisschen weiter rechts. Ja, jetzt. 3,7 Volt. 3,7 Volt. Richtig, 45 Grad nach rechts und dann links reißt du mich da. 3,7 Volt. 3,7 Volt. Ja, nee. Ich bin links. Ja, du bist langsamer geworden, oder? Ja. Wo bist du jetzt? Weiß ich auch nicht. Die Spitze ist gerade über uns drüben, oder? Ja, bevor wir das sehen. Ah ja, ich seh dich schon. Bei Bindhorn? Ja, ich seh dich. Naja, übertrieben. Ja, bei den Bäumen war es gerade. Ah. Ja. Ich bin schon hinter dir. Ich bin schon hinter dir. Ich habe mir eine schneidere Kufel genommen. Oh, das war denn das? Auf uns zu! Was war das? Entweder war ich jetzt voll in deinem Rohle, oder irgendwas schon aussetzt. Aber ich denke es war genau die Rauchbahn von dir. So, wenn die das jetzt öfters sagt, wo hinten am Weg? Na ja, vom Wald hinten. Aber egal. Okay, ich muss da noch mal landen. Ich bin schon wieder voll weit hier drin gewesen. 3,5 Volt. 3,5 Volt. 3,5 Volt. Ja, ich seh das schon. Du denkst an die Bäume? Ja, ich hab schon wieder hoch gezogen. 3,5 Volt. Die kommen aber so schnell nach. Ja, manchmal kommt sie. Sind da jetzt welche am Weg? Ja, die kommen her, oder? Vom Wald her. Aber die sind noch hinterher. Ich muss jetzt abbrechen, weil die sagt jetzt nicht mehr. Die hört nicht mehr auf. Ja, ich hab mal landen von hinten her. und 8. ardoor es journalists nicht mehr die lieblichen Zeit. Ja, ja. 3,6... 3,5... Ok. Ah, sch*****, das geht jetzt einfach. Sehr riesig.